Was hab ich? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ast 3. Ja. Normalerweise würde ich es nicht spielen in echtem Leben, aber ich glaube hier ist das überschaubar. Gute Einstellung. Hat dich Bloom deswegen gefeuert? Ich hab's wohl nicht fallen sollen. Schön durch die Vorgärten jetzt nachlaufen. Das nächste Mal pack ich mir echt ein Auto. So knapp, jetzt komm. Wie wärst du jetzt auf einem 24 Meter weggekommen? Oh, jetzt komm schon! Wie gern würde ich den einfach ausschalten? Wie hier bin ich also? Das ist schön. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom. Kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komm ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich... Ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denk ich. Die Stimme passt irgendwie nicht zu der Figur optisch, muss ich gestehen. Tobias. Ich brauch den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. Sowas mach ich. Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Das ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Hör mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Habt ihr ja... Ich muss euch mal mein geiles T-Shirt präsentieren. Das hab ich noch. So. Sieht man das? Voll geil. Reservox-Style. Für Nerds. Find ich super. So. Skillpunkt. Ich glaub, da hab ich wirklich mal ein bisschen was, was ich mal... Ja, 6 Skillpunkt, die ich für... ...nutzen kann. Was ist da drüben noch? Was ist da drüben noch? Was war da? Wahrscheinlich jetzt für Reifenbahnen. Ne. Alles nicht so toll. Was gibt's beim Hacken noch? Ne. Extraenergie fällt's gar nicht unsinnig. Macht das für mich nicht so wirklich Sinn. Der Helikopter lange weg ist gut, ich glaube die Transformatoren ist ganz schön, wenn die mal so ein bisschen weniger nervig sind und Zusatzakt ist auch gut, ja so ist es fein. Die Schutzweste soll ich nehmen, gibt es die im Shop zu kaufen oder wo kriege ich die her? Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein, er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß was sie tun. Mein Schemisch-Porto. Ach Scheiße. Warte mal, ich schau gleich nochmal rein. Keine Ahnung. Sei kreativ. Wurde ich nochmal gucken. Schutzweste. Ach die da unten hätte ich machen sollen. Der Kugelwiderstand. Ja ok. Beim nächsten Mal. Gut, dass du es mir gesagt hast. Aber ja, jetzt wo ich es gelesen habe, hätte ich gemerkt, dass das an sich ganz geil sein könnte. Es tut mir so leid. 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 Braucht das CTOS einen Reboot? Das Rathaus ist bemüht, die Probleme mit dem CTOS-Netzwerk herunterzuspielen. Obwohl zahlreiche Berichte über Systemfehler aus der ganzen Stadt vorliegen. Es gibt zum Beispiel Meldungen über falsche Ampelschaltungen, Stromausfälle und Telefonstörungen. Ja. Ja, ich würde mal. Komm mal, komm mal. Juhu. Der Rest ist các Unfall. Schick den Rettungswagen. Ach nein. Ach, müsst ihr diese Zeit. Wir haben ihn. Den bleiben nicht wiederholen. Schuh Verstärkung. Basis Verstärkung wäre meine gute Idee. Er hört erst auf, wenn wir ihn springen. Los, drum wir ihn. Ach nee, da unten kommt schon der Nächste. Ich habe mich schon so gefreut, dachte mir, super geil. Ich habe es jetzt ganz leicht abgehängt, aber nichts. Warum muss auch genau da jetzt so ein Dorfdepp sein? Ja, klar. Wir werden ihn ab. Hey, zur Fahrt. Ich bin, was ich? Die Strafa hat bereits die Verfolgung aufgenommen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, Schluck trinken. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll es mir recht sein. Die Kamera passt gerade nicht so, wie ich mir das wünsche. So, vielleicht. Ja, besser.